Okay, sehr nice. Okay, dann müssen wir da laufen. Wir haben noch die letzten Türen, die Zeitanforderungen. Dann gehen wir wieder zurück. Die kommen nach dem Story-Ding. Glaube ich zumindest, dass die nochmal unterschiedlich sind, weil da sind drei Sachen bei dir noch nicht angehakt. Das ist richtig. Bei mir sind sie angehakt, aber gut, weil ich mit dir stehe. Ja, das scheint ein Fakt durch mich zu sein. Ja, das hatten wir noch nicht. Oh Gott, ich brauche dich. So, jetzt brauche ich dich nochmal. Perfekt. Oh. Ich werf mich. Nein. Oh. Ich werf dich. Oh. Nochmal. Oh, Mist. Nochmal. Jun, du hättest da sterben müssen. Ich sterb nicht so einer. Ja, das ist falsch. Die Cloud vergehen nicht. Die Cloud. Die stehen natürlich kaputt. Ja, du musst ja auch einen. Warte mal. Einer muss, glaube ich, das Zeug da oben zünden. Ja, könntest du das nicht machen, wenn ich da... Auf. Muss ich mal da machen. Ich weiß, da komme ich nicht hin. Ich muss dann nach links springen. Links? Links ist da auf das lila, ne? Das ist dann frei. Nochmal. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Bin ich gut darin. Okay, weiter. Nach rechts. Zu dem, zu dem. Okay. Perfekt. Ich jag mich einfach hoch. Geh mal da runter. Okay, perfekt. Oh Gott, ich brauche dich hier. Mal wieder. Leak und Sieg. Nein. Nochmal. Oh mein Gott, das ist großartig. Okay, hier. Aua. Oh Gott, gut. Nein. Geh alleine. Ich hab mich aufgegrillt. Ich bin nicht da oben. Verdammt. Nochmal. Ich glaube, die ganzen Schnellbewegungen Sachen muss ich machen. Aber nicht geeignet für. Alles ne Übungs-Service. Okay. Komm mal. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Egal, geh weiter. Nein, 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 nein. Aua. Aua. Jetzt. Das ist egal, geh. Achso, du kommst noch nicht weiter. Das ist egal, geh. Achso, du kommst noch nicht weiter. Der Timing ist nicht das geil. Egal, du hast es geschafft. Geh weiter. Nein. Du machst es. Was soll das machen? Ja, mach du das. Achso, wenn ich hier stehe, kannst du rüberlaufen. Ah, weißt du was, spring mich einfach. So. Komm, zu mir. Achso, stimmt, da war was. Jetzt. Nein. So, dann kommen wir im Tor zu dir. Nee, komm ich nicht. Verdammt. Guck mal, das Wetter ist da wichtig. Ja, ich breng mich. Okay, hier brauche ich dich. Ich breng dich. Ich bin da. Werf mich. Okay, ich werf dich. Aber was ist da drüben? Da muss doch auch noch irgendwas sein. Zeit dafür. Aua. Aua. Au. Oh Mann. Egal. Okay. Haben wir alles? Nein. Fax. Ja, rechts oben war noch was. Jetzt nochmal rein oder was? Wie du möchtest. Nee. Weiter. Das ist nicht gut. Einfach rennen, als hättest du Diarrhoe und es kommt langsam raus. Kann man denn da durchkommen? Ah, drüber laufen und dann doppelt rum. Das ist nicht einfach. Okay, du bist drüben gespawnt. Oh. 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 So, nee. Ich muss nicht anders werden. Entschuldigung. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, nein. war's gut. Au. Au. Au und. Gut gemacht. Oh, wie soll ich deine Sportfeuer nicht aus? wir haben alles wenn du den Ausgang schickst, geh rein nein sehr gut ich ziehe den selben Song nochmal oh das war schnell gewesen ja, war gut, hat noch 3 Sekunden übrig mhm ich geh hier lang oh, ich brauch dich hier nicht oh wo ist ein Manöver oh nochmal ok ok da da ist ein Teleporter das Boot hat er erschlagen das Boot hat er erschlagen, ist ok ab und zu muss man auch mal einen Wunsch mit dem Boot erschlagen wie auch immer du da hochgekommen bist hol mich hoch au ich fürchte wir müssen zusammenarbeiten ok ok du springst ok ok oh jetzt war ich so rum ok nein ok warte es reicht nicht du kannst mich auf die Wolken ziehen du kannst mich auf die Wolken ziehen dann oder ich zieh dich auf die Wolken ja irgendwie nicht oh von oben drauf springen nicht von der Seite berühren sobald du bist platzt ok verdammt ok und dann zusammen rüber oder so so geht auch kräftige 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 schnell nein bin ich schnell verdammt ohne dies schaue ich es nicht ok nochmal mein Erzähler hat mich grad Baby gemacht Baby er meinte es ist zu hart für das Baby ja vielleicht ist es das auf meiner Seite nein nein wie nein meint erst hier rüber bestimmt da war was genau scheiß mich nein nicht in die Richtung nein 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 was ist denn jetzt los könntest du jetzt mal auf mir bleiben so warte so ok ich geh jetzt einfach ohne dich weil die Seite das andere wohnt schon gut da hast du genau ich kann nicht über deine Leiche fahren ok jetzt kommt wieder die doofe Stelle ok jetzt kommt wieder die doofe Stelle ok achso ne Moment es ging ja anders was oh ne das war es nicht danke jetzt nein bin oben zu hoch zu hoch also das ist so nein er lässt mich nicht so ok oh mein 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 ich brauche dann das ist ja nicht gut dann 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 wir 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 dann ok sehr gut gut gemacht das war Teamarbeit Vertonung auf Arbeit ja also mich darfst du nicht fragen ich bin nur ein Schuh stimmt noch mehr oh ja aber da geht es runter lass die Abkürzung wieder zurück oder willst du nochmal einkaufen gehen ja wir gehen nochmal einkaufen die Frage ist was kaufst du erstmal kann ich mir noch so einen anderen so einen letzten Kopf hier ich habe den mit der Nase bekommen ja ich finde ich könnte jetzt auch mal wechseln ok dann bin ich halt mal keinen Schuh ja für das nächste so ich bin mir mit der Nase auch jetzt hallo dann wir nochmal kaufen einen mit Haaren noch einen einen mit Brille einen Käse ne ein Meeraugegen eine Spinne und einen mit oh eine Corona Maske passt ja so wie komme ich jetzt hoch oder so gehen wir mal einkaufen nein nehmen wir mal den der andere hat mir komisches Zeug verkauft das ist dabei gegeben ok was hat er mir gegeben was gibst du mir so ok mal gucken mal gucken was er mir gegeben hat ok ich habe einen Staubzeuger bekommen und was auch immer dann nehmen wir ab ich bin gerne ein Versuchsobjekt ok 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 ich kann nur Sachen anziehen das eine meiner Lieblingswaffen geh mal an ne Wand schieß mal auf die Wand ah bei den Wänden funktionieren jetzt nicht doch oh cool das ist ja nice das wusste ich nämlich auch mal aus weil das zählt tatsächlich zu meinen Lieblingswaffen weil damit kannst du nicht nur elegant Gegner umnieten sondern du kannst dich auch anwenden irgendwie hochpömpeln der Pömple wo müssen wir jetzt eigentlich stehen dahinter ja wieder raus wir können jetzt in den nächsten Abschnitt Kapitel 2